Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, im nächsten Part haben wir trainiert, gekämpft, unsere Fähigkeiten verbessert und auch heute möchte ich zumindest so weit kämpfen, bis wir Level 25 sind. Wir haben eh Level Up, also jeder hat Level Up als Ability geskillt mittlerweile. Es sollte recht rasch gehen, hoffe ich. Ja, wir brauchen die Level Ups ganz, ganz, ganz dringend. Und wenn wir Level 25 haben, hoffe ich, dass es mal der erste Kontinent hier fürs erste Reichen tut. Reichen? Schon gut. Was? Zitane. Das war schön. Super, bravo Zitane. Mit einem Schlag aus dem Aussehen. Zitane. Ja. Das heißt, wir rennen heute auch wieder hier ein bisschen rum, durch die Gegend, einfach laufi, laufi tun. Ich fiel auch wieder in den Wald hinein ein bisschen, da unten. Vielleicht treten wir wieder auf diesen Quizmaster dort. Und wenn wir wieder ein bisschen rumsetzen. Oder auf irgendein denn diskutieren, dass wir Jadestein geben können. Das würde mich sehr freuen. Ah, jetzt sind wir quit. Vor allem wir hinterhalten, wir können hier nicht hinterhalten. Jetzt sind wir quit. Ich möchte, da muss ich harte Geschütze aufziehen, weil wir jetzt ja weniger Timmelschmacken. Ich würde schon mit Goblinschmacken gehen. Oh, das heilt ihn. Ups. Ich meine, ja, das wollte ich auch mal zeigen. Also, ähm, naja, das ist ja klar, ich würde keine Sondererfakt mehr einsetzen, äh, die heiligen. Ja, ich habe das gewusst. Ich wollte immer kenne, dass ihr das auch wisst. Ja, ja, so einfach ist das. Ich glaube, wir kennen es schon. Ah, schön. Wie wird dieser Füße? Ja, ja, ist schön. Ich habe sogar auf den Schlag, was funktioniert. Ich weiß es gar nicht. Nehmen wir die. Aber, Lord, warum gar nicht mehr? Ist schon eine Welt. Jawohl, wuh, 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 wuh. Also, Lili hat Level Up bekommen. Sehr schön. Und wir haben ein bisschen Gild bekommen auch noch. Oben schreien tun. Oben dreien Tuli tun. Na, kommt sie ja, die Viecher. Äh, ich dachte, jetzt wäre ich unten da wohl ein bisschen da rausgerammt. Schlaues Mädchen. Jo, es ist halt so, ähm, damit, ähm, ja, wir brauchen es halt. Level Up brauchen wir. Es wird des Öfteren passieren, dass wir einfach mal ein paar Parts durchkämpfen müssen, um unsere Level, ja, zu optimieren. Ich glaube, wir können dann unsere Einschränkung. Zack. Ferdonnero. Jo, wer kann dann natürlich so regieren? Fakt, das hat nicht gereicht. So was. Genau, und Trümmer's mit. Ja, ja. Fakt, du schlägst du, kannst. Dann gibt es den echten Geisthausch und es gibt leckeres Grillhändchen. Sehr schön. Mmh. Ja. Supi, Titane hat gleich zwei Fähigkeiten erlernt. Sehr schön. Können wir gleich schauen, ob er etwas anderes ankleiden kann. Ähm, also anlegen. Wir legen an. Was hast du denn jetzt gelernt? Das hier zum Beispiel mal, also Elf-Bording, kann man tauschen gegen die Zauberschiefel. Ja, hier braucht man es noch. Und sonst, ah, Titonator ist auch fertig. Sehr schön. Bekommt der Gladius. Wieder mal eine, wieder mal Dolche. Die hat er eh schon lange nicht mehr gehabt. Ähm, ja, Nervensäge kann er da lernen. Schön. Sehr schön. Fein. Gut. Drei Schritte gegangen und gibt's schon den nächsten Kampf. So ist mir das Leben. So ist mir das Leben. Da, da, da. Ich glaube, die Heimat der Zagna gefunden. Das dürfte scheinbar hier sein. Nein, Lilly. Nicht heilen. Fui. Mach Platz. Ich würde sagen, Schweda bekommt eine Heilung. Ähm, ich würde auch sagen, wir bringen uns mit Nass auf. Und hier, wir gehen uns mit Eisrappung hin. Und Zidane darf ihn zusammenschlagen. Ja, sehr freundlich. Ich weiß. Jo, bitte, der Winschatz gemacht. Das passt schon. Besser. Bajajajajajaj. Und Zidane. Jawohl. Bravo. Jetzt können wir Dolchen bewundern. Sie sind, glaube ich, auch sehr schön. Jo, die haben auch ein schönes Style. Yeah. Wuh, 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 wuh. Quina hat Level abbekommen. Sehr schön. Ein bisschen Gil haben wir noch obendrein. Ach, wie schön. Wir brauchen das Gil ja auch. Wir werden ja auch gleich wieder shoppen gehen. Wenn es sich heute nicht ausgeht, dann eben morgen. Gehen wir reinkaufen. Müsste sich dann ausgegeben. Ja, ja, reg dich mal auf. Na, schauen wir. Ich hab das wirklich. Ja. Wir sind ja nett. Ich sage, dass wir hier nicht ist, gibt es auch noch Blitzer ab. Und dann gut, Quina macht einfach und das mal mit dem Quina breiten. Ja, ja, immer auf die Kugel. Ist ja klar, ne? So, wie schaut's mit Heilen aus? So, wenn wir nicht aus dem Raum hätten. Ich schätze jetzt da, ne? Ja, ja. Für die Heilen, ist ganz klar. Aber das tut uns nicht. Du bist trotzdem abgesehen. Ach, das ist so schön. Jawoll. Sehr gut. Aber ein Kaktushaub ist ja nie wieder bekommen, also gesehen. Wenn ich bedenke, dass es später vier sein werden, die uns eingreifen, äh, Entschuldigung, wup, 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 Titanet Level abbekommt. Somit schon Level 23. Wir haben unser Ziel bald erreicht. Das ist schön. Das ist schön und toll und gut. Trotzdem wäre mir lieb, so ein Jahr des Steinmonster wieder mal zu bekommen. Das wäre mir mehr als lieb. Für die Heilen? das ist nicht sicher. nein, was, dann bin ich dann gleich. Wir sehen uns, der Heilen braucht. strane eventuell. So, ein blaues Mann. Ich würde sagen, ich würde es in dersten wieder frei. I stand und dann wunderschön. Ich darf auch draufhauen, sowieso. Perfekt. Schön. Ja, jetzt halt ich's aus. Da raus. Sehr schön. Bravo, bravo. Jawohl. Augen tropfen und ein bisschen Gille halten. Sehr schön. Vielleicht sollten wir mal kurz zelten. Du, Zwecks, Lili und so auch. Ich werde, glaube ich, Ramo wirklich ein Mittel aussetzen lassen. Ich werde nur normal draufhauen. Ähm, weil er doch sehr kostspielig ist. Und, und? Wieder ein Monster. Gut, also ein böses, fieses, gemeines Monster. So, Lili-Huesschen. Ich bitte normaler Angriff. Ähm, ach, das muss ich ja normaler Angriff. Ich bitte normaler Angriff. Und, Bibi macht's in den Chaos. So, so. Ja, das macht wirklich schade. Mhm. Okay, wir lassen es so. Bravo. Boop, 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 Bibi hat Level abbekommen. Sehr schön. Geht ja echt recht flott. Level 25 ist, glaube ich, eine gute Basis dann zum weiteren Spiel. Zum weiter Erkunden dieses Kontinents. Außerdem müssen wir sowieso schauen, dass wir Level 99 werden. Hahaha. Ja, wir haben einen weiten, weiten Weg. Ja. Wieder Angriff, Angriff. Aber so gut, Feuer, ist ja wurscht. Zack. Ich glaube, das ist eh schon entledigt. Ratsch, jawohl. Das geht schon recht flott. Ja, Lili hat eine neue Fähigkeit erlernt. Sehr schön. Da kann man gleich nachschauen, ob wir jetzt was Neues ankleiden, ob er, na, ankleiden dürfen. So. Das war jetzt, glaube ich, hier genau. Kannst du, darfst du schon was Neues? Nein, nichts mehr. Oh, hm. Dann gehen wir ihr Hals durch. Davon haben wir so viel. Alles klar. Äh, warte. Ich depp noch was vergessen. Ability. Anliegen. Beste Z3, auch Exorzismus, Kannibale. Kannibale war jetzt da für Humanite. Und das war Untot. Beste Z3, Insekten. Dem Wohlen. Beste Töter haben wir drinnen. Okay. Deshalb. Da will ich, da will ich, da will ich, da will ich Kannibale haben. Ja. Kannibale. Und bei Quina, neben Peer, überhaupt irgendwas mit 2, na, mit 3. Okay. Wenn wir noch ein bisschen warten. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wie gesagt, eben 25 machen wir noch. Dann haben wir auch obendrein mehr als mit viel, um uns neue Sachen kaufen zu können. Und dann, ähm, ja, gut, ich sage, dass es passt. Und dann, ähm, ja, gut, ich sage, dass es passt. Verschwinden, aha. Na, frei, das muss nicht sein, oder? Das muss sein. Einteilig. Du hast vergessen, deinen Start wegzutun, ja? Aufgedeckt, Edge-Match. Der Angst war toll. Er ist getroffen? Na, du brauchst keine Klampe. Nichts getroffen. Aber jetzt... jetzt ist er nicht. Das ist echt mühselig wie bei einem Viech. Es wäre echt schön, Menschen wären da. Das würde sich besser auszahlen. Aber... Lili hat level abbekommen und wir kriegen obend rein noch ein bisschen Gill. Ein bisschen Gill, ein bisschen Gill. Ja, Gill ist schön. Gill ist schön. Wenn man da die Gegend rum... Dauert doch länger, als ich gedacht habe. Sorry dafür. Das sind die Gegner schuld. Die kommen nur einzeln. Ah, so ein Vogelbild. Ein komischer Vogel. Also nochmal draushauen. Die haut auch dann ganz normal draus. So, draufhauen. Und dann auch nochmal draus. Dann müsstest du... Dann müsstest du... Jetzt würde sich lieber heilen, der Sackdicker. Nicht einmal. Ja, da hast du Pech gehabt. Dann wird's ungeschnitzelt. Und dranschiert wird's. Ja, dranschiert. Sehr fisch. Jawohl. Perdi tot und ein bisschen Gill haben wir bekommen. Nein, da will ich nicht rein. Ich will eigentlich da rauf. Einfach so gut herumlaufen. Aber der Kaktus, der kommt echt nimmer. Ich will schade irgendwie. Da hat zu viel Buchte gegeben. Ah, zweimal. Schau, ich war mit Blutbeschwerden. Kommen sie schon zu zweit. Ist ja schön. Ich bin jetzt bald noch wieder krantig. So, ja. Haut nur. Haut in nur. Das wird sich schon geräumt. Dann zahlt es sich aus. Das war ein Feuer. Das müsstest du fast nicht sehen. Ja, das ist jetzt wieder. Jetzt habt's das. Jetzt habt's den Salat, ihr doofies. Jetzt wird er euch verheizen. Ja, das wäre die Gäste. Da ist noch das Einnerversicht abgeblich. Aber der ist es. Ja. Ein Feng gemacht. Bravo. Ja, gut. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Na, ich glaube, das ist okay so. Den Elfenohrring, auf den wir so noch warten, mit Level Up. Das dauert noch ein bisschen. Alles gleich hin. Dann tun wir weiterlaufen. Ja, gut, Fich. Ein böses Fich. Ja, das ist schon gut. Ich darf nicht sagen, dass ich mich jetzt in den Fall behalten. Ich würde sagen, sie darf es mal. So, jetzt gibt es noch die Maulung. Ja, ist so. Ja. Ja, was erlebt. Sehr schön. Ich weiß, es sind spannendere Sachen. Ich weiß. Aber es dient zu einem höheren Zweck. Ja, dafür auch. Oh, 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 oh. Queen hat Level Up bekommen. Sehr schön. Eine Zagnarkarte und ein bisschen Gila halten. Sehr schön. So, ja. Es wäre halt echt super, wenn da auch mal so ein Kaktus kommen würde. Einer würde mir reichen. Darf ich öfter? Weil der ordentlich Schub gibt. Ein Erfahrungsblock. Schade. Aber dafür zweifeln geht es auch nicht schlecht. Das Gegeben wenigstens Ort für Stich. Jetzt sagen wir, ich angreifen. Gleich mit Feuer danach. Die Idee kann ich eine Warnung suchen. Das zahlt sich hier wieder aus. Sie ist dann zwar ein Darmarmarmus, aber... ...Maschen. Ah. So, ah. Und jetzt auch. Mal so. Und vielleicht da. Ich muss mich nicht hören. Ja, der erste ist mal fertig. Und der zweiten Mikrofon, die ich gleich folge. Ja, ich jetzt nehme sie mich aus. Ich habe mich nicht aus. Und der, 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 der. Und da. Ja. Sehr schön. Fein. Ja, mit der Marie. Super. Fast Level Up. Boah, jetzt hat es fast 2000 Guild. Jetzt haben wir schon bald 40.000 Guild. Habe ich das richtig gesehen? Bis, du bist doch gescheit. Ja. Gut. Ja. Dunkel ist die Höhle, wo wir rauskamen. Fossil in Wien, ne? Der Ausgang davon. Jawohl. Baby, du machst gleich mal Kerellenhähnchen raus. Du greifst normal an und du auch mal mit Zidane auf. Und auch mal ein Kerellenhähnchen. Fossil in Wien, die Kerellenhähnchen. Oh, und da geht es auch. Ja, ein Kerellenhähnchen, das ist auch gut. Wie man für eine Kerellenhähnchen in Wien, die Kerellenhähnchen. Das ist auch gut. Und wie man für eine Kerellenhähnchen hierherrchen. Ja, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut. Ja. Wie kannst du nur die Kerellenhähnchen essen? Es ist Fleisch, dir bleibt schon ein Bierchen. Ja, das stimmt. Aber auch die Menschen vermögen es nicht glauben, der Mensch, der sich entwickelt hat, wurde ursprünglich, war ursprünglich, ist ursprünglich gedacht, auch die Weltordnung ein bisschen Gleichgewicht zu halten. Das war schon immer so. Nicht nur die Tierchen, auch die Menschen dürfen das Gleichgewicht halten. So, ja. Ja, ja. Und weiter geht's. Darauf dürfen die Menschen auch die Küche essen, damit die Pflanzen keine Überbevölkerung zusammenbringen. Ja? Und man muss bedenken, früher hat der Mensch ja auch noch welche Feinde gehabt, ne? Also auch wir wurden gefressen. Ja? So ist es nicht. Nur sind wir jetzt so mächtig geworden, dass uns kein Ursprünglich schmeckt so zäh, dass uns keiner mehr essen will. Na, wohnen sie nicht. Na, es gibt definitiv anscheinend besseres Essen als uns. Ja. Schade, ne? Damit haben wir irgendwie keinen natürlichen Feind außer uns selbst. Ja, schon gut. Du kannst halt nicht umfallen. Dann bist du jetzt nicht mehr. Ja, es ist schon gut. Der ist ja schlecht aufgelegt. Ich glaube, der hat sich gerade betroffen gefühlt. Ja. Jawoll, wuh, 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 blablabla bekommen. Sehr schön. Man könnte ja vielleicht, also, das habe ich immer so sehr an den Indianern bewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn das halt alles stimmt, was man im Herzen sieht, ne? Falls das wirklich so zu ihrer Kulatur gehört, ich kann es mir schon vorstellen. Die haben ja, wenn sie auf die Jagd gegangen sind und ein, was weiß ich, Rehlein oder was gelegt haben. Oder Büffel, ist ja wurscht. Die haben dann gebetet. Die haben gebetet, haben sich bedankt an ihren Bruder. Das war ja, ja, jetzt kann man jetzt sehen, wie man möchte irgendwie. Da galt sie ihre Brüder auf, also Brüder. Also, die haben sie halt auch respektiert, so wie sich selbst das eigene Volk, ne? Sie haben halt gebetet, haben sich bedankt für das Opfer, das sie dir gebracht hat, damit ihr Stamm überleben kann, ne? Übrigens, wo, 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 Lili hat Level Up bekommen, das ist sehr schön. Jetzt fehlt nur noch ein Level Up für jeden und dann können wir schon weitermachen. Dann bin ich schon eine glückliche Zocchi. Noch glücklicher sowieso, ja. Ja, und das könnte man ja eigentlich einführen, ne? Es gab ja früher bei uns das, oder vielleicht gibt es noch Leute, die das machen, ich weiß es gar nicht, das Gebet vom Essen, also beim Mittagstisch zum Beispiel, ne? Dann wurde ein kurzes Gebet gesprochen, wurde gedankt, äh, für das Essen, das auf dem Tisch steht. Dann hat man es sich schmecken lassen, ne? Vielleicht, vielleicht kann man das ja für sich selbst, wenn man möchte, ja wieder auf irgendeine Art und Weise einfügen, einfügen oder machen tun. Ich meine, dann ist vielleicht auch die Lebensmittelverschwendung etwas geringer, weil man das Ganze ja mehr wertschätzt, vielleicht. Das Blöde ist halt, ich weiß es ja selber auch, wie es mit Kochen ist und so, immer so punktgenau kochen, dass wirklich kein Reiskorn überbleibt oder kein, kein Brösel, das ist halt echt, äh, schwierig. Es wird dann meistens, ich meine, wenn wir Schnitzel machen oder so, wird es dann am Abend zum Beispiel, gibt es dann, erstens mal jauseln wir das, also ein bisschen mal jauseln dazu, das ist immer eine kalte, kalte Mahlzeit. Das bezeichnen wir als Steirer unter jause, die wie braucht man auch, das habe ich Depp jetzt gerade wieder vorübersehen, wurscht, ähm, wird gezeltet und fertig. Ja, und so versuchen wir eben, so wenig wie möglich wegzuschmeißen. Ganz einfach, wir haben auch selber unsere Früchte auch zum Teil, äh, Äpfel, was weiß ich, was alles geht, ähm, ja, das essen wir dann einfach. Ich weiß, ich habe mir jetzt keine Masin wirken lassen, deswegen ist es nicht so, weil er sie eh nicht benutzt hat und er keinen Wahn an mehr hat. Das heißt, die Leute hier müssen ihn so hauen, weg, damit sie nicht einmal gut gemacht sind. Das kann man nur zelten, dann hoffe ich, dass wir schnell der 25 machen werden, sonst muss man eben morgen der Fall. Überfallen hat sie Dani gelernt, sehr gut. Können wir auch noch, also zuerst einmal zelten, ja, bevor ich das wieder vergesse, einmal zelten, bitte. Dankeschön, sehr fiktiv, muss ich sagen. Das wäre es fürs Erste. Und wir gehen gleich schauen, ob wir den guten Zitane wieder mit irgendwas ankleiden können. Was neuem. Die Zaunstiefel sind erledigt. Ich glaube, da ist er komplett fertig, ne? Können wir ihm dabei auch ein Kalstuch geben. Allzweckweste ist eigentlich auch fertig damit. Ich würde ihm, dass die Adam, 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 Altermannweste geben. Vielleicht kann der gute Queen noch was mit der Allzweckweste anfangen. Ich werde gleich mal klubschen. Ja, Adrenalin kann er lernen, das ist sehr gut. Und ich sehe gerade, auch ihr könnt, wie wir dann die Autopo schon geben. Falsch, was du da hast. So. Entschuldigung. Anlegen. So. Passt. So. Gut. Dann kämpfen noch ein bisschen. Sorry, dass es heute wieder eine Kampffolge wurde. Also eine Level-Up-Machen-Tun-Folge. Aber wie gesagt, wir brauchen es. Oh, je. Bam, 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 bam. Wer bist du denn? Ah, der Fragensteller schon wieder. Na dann. Was können wir diesmal versuchen richtig zu beantworten? Ich hoffe, es klingt mir auch. Showtime. Quiz Nummero vier. Dann. Schokobo-Wald liegt nördlich vom Meer. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung. Ja. Schnell. Ich denke, richtig. Das war ja sehr falsch. Und? Ist richtig? Ja, Volltreffer. Boah, glücklich gehabt. Ich habe nur geraten. Ah, ich habe nur geraten. Trefferquote 55%. Nicht schlecht. Eieiei. Ich habe jetzt nur geraten. Na fisch. Reines Glück. Wie bei Harry Potter. Ich habe gerade reines Glück gedroht. Ohne, dass ich es gewusst habe. Sehr schön. Ein Kampf oder vielleicht zwei Kämpfe noch für den Abschluss. Und dann haben wir es wieder schön geschaffen. Sehr gut. Ich habe jetzt schon wieder geblieben. Ich bin voll mit einem Heidekopf, also im Zelt, wo es Mana betrifft wird. Ich sage immer Mana dazu. Magie. Magic. Wie auch immer. Angriff, 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 Angriff. Verwechseln wir den Federp. Und das nächste Krillhändler ist fertig. Wir haben den Tisch zubereitet. Sehr gut. Wuh, 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 wuh. Queen hat Level Up bekommen. Sehr schön. Einen Peri tot und ein bisschen Gil. Und der Part ist zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, wir haben im nächsten Part noch ganz fix. Oder machen wir noch einen Kampf zu unseren Ehren. Im nächsten Part werden wir dann ganz schnell, wir haben 25 machen. Und dann werden wir hier die erste Stadt besuchen gehen. Oh yeah. Wir werden schauen, wer hier eigentlich wohnt. Ob hier jemand wohnt. Und nochmal ein Vogel. Zum Abschluss nochmal ein Leck, ein köstliches Grillhändeln. Da wir eher so viele Grillhändeln haben, werdet ihr euch noch gebürt. Ich werde euch selbstverständlich welches davon abgeben. Ich brauche nur eins. Das reicht für meine Familie. Mich. Was? 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 Herrlich. Wunderschön. Was? Sehr gut. Fein. Dann ist sie dann im nächsten Part fix schon. Level Up. Sehr gut. Na, freut mich. Na gut ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.